Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wie immer freue ich mich sehr, dass du dabei bist und heute zu dem Videotalk mit Tom am 5. Dezember 2020. Du kennst Tom möglicherweise ja schon aus den anderen Talks oder aus den täglichen Nachrichten, die er macht und die ich poste. Und heute setzen wir uns gleich wieder zusammen und skypen ein wenig zu verschiedenen Themen. Um Hintergründe zu beleuchten, um Verbindungen aufzuzeigen, um Puzzleteile zusammenzubringen. Und in diesem Video wirst du Themen finden, wie zum Beispiel Merkel von der Leyen, warum Merkel von der Leyen, Merz etc. Schröder, warum sie unterschiedliche Wege gehen. Die Beteiligung der Verwaltung an Waffenunternehmen, also der Waffenhandel. Der Waffenhandel, Deutschland, Katar. Du wirst etwas dazu hören, was da gewesen ist, gestern am 14.12.2020 in Südamerika mit der Sonnenfinsternis, dem Erdbeben. Wir sprechen über die USA, über die Klagen, über die Wahl und wir sprechen ganz intensiv zum Beispiel über Marokko. Also alles Themen des Tages- oder des Wochengeschehens, alles Sachen, die in den letzten Tagen auf dem Tapet waren und beleuchten die und versuchen dir dazu ein wenig mehr Informationen zukommen zu lassen, als du sie in den Nachrichten bei Tom oder auch in den Nachrichten woanders findest. Es ist uns ein echtes Anliegen zu zeigen, wohin man schauen kann, wenn man will und wenn man den Wunsch hat, auch Wissen aufzubauen, denn das Wissen ist ganz besonders wichtig. Im Video besprechen wir auch Themen oder sprechen Themen an, die wir schon in der Vergangenheit angesprochen haben. In unseren Videos zum Beispiel zum Thema Atlantikbrücke oder Europäische Union, also in dem Thema Geschichte, denn alles das, was du heute erlebst, basiert natürlich auf dem, was in der Geschichte passiert ist. Und das werden wir auch dort bearbeiten, sodass du gerne auch dort mal reinschauen kannst. Dazu gibt es einen Telegram-Kanal, den ich unter dem Video hier verlinken werde. Leider ist dies hier nur der Teaser, denn in der aktuellen Zeit ist es nicht möglich, ein solches Video auf YouTube zu hosten oder posten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das zensiert würde, sehe ich als relativ groß, denn wir wissen ja alle, dass unbequeme Nachrichten heute nicht so gerne verteilt werden durch die Social Media Plattform. Also, wenn du magst, komm rüber auf Telegram, schau dir das Videotalk mit Tom an, es ist wirklich sehr, sehr interessant und bietet eine Goldgrube an Informationen. Es dauert ca. 1 Stunde 40, 1 Stunde 45 schätzen wir mal und das ist es wert, ich verspreche es dir. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis gleich drüben bei Telegram.